YouTuber Scribbeler, yo! Zusammen mit Flo! Yeah! Brian! Mein Name ist Easy Cheesy! Und Easy Cheesy! Das bin ich! Und irgendjemand fehlt noch, Leute. Wir haben jemanden vergessen. Hallo? Ich glaube nicht. Ziegelstein. Wer ist denn das? Ziegelstein? Noch nie gehört. Ja. Okay, wir haben jemanden in Grauen. Ziegelstein, warum ist denn hier? Wer ist denn... Leute, nein, nein, Flo, nicht Eisenblock. Ist ich ein YouTuber? Ist ich ein YouTuber? Oh, das ist stark Flo, aber anscheinend falsch. Ist es nicht klar? Nee. Ich schreibe es auch noch mal. Vielleicht ist es bei mir richtig. Nee, auch nicht. Der ist halt auch grau. Hey, warte. Haben wir deutsche YouTuber, englische? Ja, deutsche, deutsche, deutsche. Wir haben nur deutsche YouTuber. Wir haben auch uns selber, Leute. Wer ist denn grau? Ja! Yes! Let's go! Okay, ich hab's. Ich hab's. Jetzt müsstet ihr es erraten können. Ich wollte doch, das war's nicht. Easy Cheesy ungeschäft. Was? Ich mein Gott, wenn ich dann grau, wenn ich keine Schminke trage. Was soll das denn heißen? Äh... Äh... Ihr könnt ja nicht mal richtig raten. Oh mein Gott, ja jetzt ist es so gut. Wow, Flo. Oh man, ich weiß es nicht. Ah, nur ein bisschen spät, Ryan. Ein bisschen spät geraten. War ein bisschen schlecht. Ja, nicht schlimm. Ein bisschen langsam. Ab sofort neu im EasyMouse.shop. Handyhülle, kuscheliger Schlafanzug, praktische Trinkflasche und vieles mehr. Alles gibt's in vier superschönen Designs. Die ersten tausend Bestellungen erhalten außerdem eine handsignierte Autogrammkarte. Warte. I'm ready. Hä? Warum gelb? Wer ist gelb? Achso, fehlt auch niemand. Ryan hat einfach die Hautfarbe falsch geklickt. Hä? Wartet. Hä, du willst ein Buch schaffen? Ja, okay. Was? Wie hast du das denn? Ja, das war echt schwer. Das war, also muss ich auch sagen. Ey, ich mach mich fertig. Flo ist dran. Der hat so viele bis 7 Buchstaben. Okay. Blau. Was? Ich... Hä? Ja! Let's go! Das kann nur Minecraft-Helden-Leute wissen. Tops, du hast keine Ahnung. Hä, Ryan, wie kannst du das denn erkennen? Warum ist denn das D groß am Ende? Was soll das denn sein? Ryan, denk doch logisch. Hä? Ja. Ähm. Ryan, als ob du das nicht erkennst. Ich denke ich nicht. Du siehst doch, wer das ist. Wer ist denn das? In Minecraft-Hade? Ach, der hat HD am Ende. Der ist doch nicht... Doch, der heißt HD. Ich dachte nur Vive. Oh. Okay, okay, okay. Ich hab was Gutes. Ich hab was Gutes, Leute. Gleiche Farbe. Ähm. Ja, also viel mehr kann ich da jetzt auch nicht machen. Also... Ja, ich hab's. Hä? Was soll ich denn da noch... Wie sie den aufsehen? Ja, stimmt, 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 stimmt. Hahaha. Der Hut will... Ach so, deswegen auch. Hä? Ja, die Nase, die Nase hab ich ganz vergessen. Ja. Fehlt da noch irgendwas, Flo? Bei Gambo? Äh, Entschuldigung. Der Hut. Der Hut. Ich hab den Namen gesagt. Der Hut ist gut auf. Der bringt nichts. Da kommt Tops nicht drauf. Da kommt Tops nicht drauf. Echt nicht? Wo hat der denn Mut auf? Tops hat noch nie mit dem geredet. Ja, hat der nicht manchmal so ein gelbes Oberteil? Tops hat schon Gambo geschrieben, aber ist halt Nutz Gambo. Ach so. Oh nein. Deswegen. Ich hab auch... Ich hab instant Gambo geschrieben. Hä? Wie der ist das nicht? Du, die Runde 2. Ich lieg vorne, Leute. Ich lieg vorne. Sehr gut. Ja. 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 Oh. Wow. Ich hab's bevor mir geschrieben, bevor es gezeigt wird. Wie krass. Tops. 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 Woher? Tops kennt ihr glaube ich nicht. Das könnt ihr nicht kennen. Mal doch, mal doch das 4. Oh. Ryan macht die Stimme nach jetzt. Leute, was geht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weil ich kann das richtig gut. Echt? Oh mein Gott. Okay, okay, okay. 4 und 4. Okay, Leute. Ihr müsst das logisch denken. Was? Nein. Was hast du denn da gemalt? Die Betsyfels. Die Betsyfels. Ach, das ist ein Bett. Nee. Ich wollte eine, die eingebauten Brücke. Ich kenn nichts davon. Ich kenn nichts davon. Ich kenn nichts. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Oh je. Okay, ich mal jetzt jemanden. Ich glaube, der sieht so aus. Es ist aber nur geraten. Ich hab keine Ahnung. Ja. Eierkopf. Er hat safe einen Bart. Okay. Jemand hat es schon erraten. Jemand hat es schon erraten. Ja? Ist er ein Helden? Oh mein Gott. Der ist nicht ein Helden. Uhu. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Wie kannst du denn die Minecraft-U-Fahrer? Ich weiß nicht, wie der aussieht. Aber ihr habt es noch erraten, Leute. Okay. Tops is drawing. Okay. So. Blablabla. Da kommt das erstmal hin. Und dann die signifikanten. Warum ist der Kopf oben abgekattet? Ja, weil hier so die... Bitte. Was ist das? Keine Ahnung. So. Hä? Das sind so... Die Pinselfrisur war es. Ja, die ist so. Ah, okay, okay. Got it, got it, got it. Ja, ist schwierig. Ryan! Ich weiß nicht. Die blauen Haare. Die blauen Haare sind es. Ach so. Ja. Ich habe irgendwie nur an Minecraft-Youtuber gedacht. Ja, haben wir größtenteils. Wir haben auch ein paar durchgemischt. Damit es nicht so einfach ist. Ah. Oh, ich weiß nicht, wie ich irgendeinen von denen jetzt zeichnen soll. Okay, lass mich nachdenken. Lass mich nachdenken. Flo, erred das wieder ohne Zeichnung. Das könnte er sogar schaffen. Flo, du machst das. Komm, rate jetzt. Rate Flo. Okay, warte, ich fange jetzt zu zeichnen. So. Doch, der ist einfach. Ich glaube, den erkennt ihr. Es ist auf jeden Fall wieder Minecraft, ne? Ja. Okay. Hä? Ist das wieder... Ich dachte schon beim Folgen, dass es der ist, aber die Buchstaben nicht hingehören. Ach so! Ich meine, ich kann auch so machen hier. Warte, wie ist denn die Farbe da? Ja. Ja, Tops, wir haben schon mal zusammen gespielt, ne? Ach so! Ja, ich bin dabei. Let's go! Sehr gut! Ihr habt natürlich draußen Leute, die ich kenne. Ich bin... Carsten? Ja. Carsten? Warte, ja. Okay, warte. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Hä? Nein! Oh mein Gott, ich bin so genial. Let's go! Hä? Ja, okay. Oh ja, das ist... Der ist... Der ist strong, Flo. Der ist strong. Oh, wie hieß die? Ja? Wie schreibt man die? Nee. Nee. Komm jetzt auch nicht auf den Namen. Wie schreibt man die? Wie schreibt man die und schreibt Doktor Banks? Ja. Ich hab danach noch was geschrieben. Ja, das hast du aber falsch geschrieben. Ah, okay. Tops. Ja, awa. Sehr gut. Fertig. Wie hast du's denn geschrieben? Du hast es gar nicht geschrieben. Ja, ich wollte's grad schreiben. Ich war... Hä? Und dann hat er ein K und dann... Ja. Ja. Fertig. Mach gar nichts mehr. Mach gar nichts mehr. Fertig. Yes. Alrighty. Tops. Wir haben noch eine Runde. Hä? Ja, wir haben noch eine Runde. Wir haben noch eine Runde. Hey, das ist immer cool, weil das sind die einzigen Begriffe, die halbwegs erratbar sind. Zehn Buchstaben. Zehn Buchstaben. Mist. Hä? Flo. Achso. Ich kann nicht... Ich kann nicht schreiben. Ach, Mann. Ey, das ist doch ein Mist. Ey, so Flo auch die ganze Zeit. Ja, ich weiß schon, wie viele Buchstaben mein Name hat. Sorry. Oh, Mann ey. Acht Buchstaben. Okay. Also, okay, passt auf. Ich mach erst was anderes. Wieso machst du denn erst was anderes? Hm, damit ich hier mal zum Zeichnen komme. Wie? Ja. Flo. Äh. Yes. Okay, okay. Ich hab's begriffen. Hä? Okay, Tops hat noch nichts begriffen. Tops. Ey. Tops kennt... Ah, doch. Ja. Ich muss... Yeah. Sehr gut. Ich muss dir erstmal... Danke rein. Okay. Sonst hätt ich's nicht verstanden. Flo ist wieder dran. Oh, Flo ist vorne, Leute, ne? Oh, mein Gott. Wenn wir jetzt Flo's Sache nicht wirklich erraten, dann kriegt er keine Punkte. Okay, warte kurz. Okay, lass einfach nicht erraten. Mhm. Ja. Oh, ich weiß das schon, glaub ich. Echt jetzt? Flo macht... Der macht Vote Kick. Stimmt, wir können ihn auch... Nee, ich weiß das doch nicht. Hä? Sind das die Ampelkrieger oder sowas? Nein. Hä? Was wird das? Das ist Tops, oder? Wer soll das denn sein? Hä? Das sind doch wir. Das sind wir. Das sind wir. Das sind wir als Gruppe, Leute. Ist das ein Schweinchen da rechts? Das ist kein Schweinchen, das bin ich. Ach so. Aber ein Schweinchen findet ihr in der Videobeschreibung. Da gibt's nämlich das neue Schinkenflüschtier. Endlich wieder zurück im Shop. Let's go. Das Auge. Oh, ich weiß, wie ich male. Okay, warte, warte, warte. Nein, das bin nicht ich. Ja, komm, komm. Alles. Er ist eine YouTuberin, oder? Ja, ja, ja. Okay. Mehr kann ich nicht machen, Leute. Mehr kann ich euch nicht geben. Wie? Ja, wen kennt ihr denn noch, Leute? Wen kennt ihr denn noch? Echt jetzt? Ist das nicht zu erraten? Was ist denn daran so schwer? Ja, gib noch einen Tipp. Ja. Mann, ey. Ja, okay. Ich weiß halt nicht, wie der aussieht, ne? Ähm. Der? Der? Ja, es gibt... Es gibt noch jemanden dazu. Hä? Okay, irgendjemand hat's erraten. Du hast erraten. Wie das denn? Aber die schaut nicht so aus, oder? Hä? Nicht der Skin, aber in echt. Ach so, ich hab jetzt den Skin gesagt. Ach so. Hä? Ja. Aber auch in echt. Das ist super spezifisch. Versteh ich nicht. Hä? Ey, könnt ihr das nicht erraten. Ich find das gut gezeichnet. Okay, warte, warte, warte. Hä? Das ist das hässlichste, was ich hier gesehen hab. Ja, mehr Punkte für mich. Ryan, Ryan, Ryan. Du bist ein Zuss. Hi, Leute. Hi, Leute. Oh mein Gott. Da wär ich nie drauf gekommen. Wieso denn nicht? Ja. Ach, Mann. Jetzt hat Flo auch noch gewonnen, ey. Wenigstens ist Tops der Letzte, Leute. Ich hoffe, euch hat Scrimmy gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Like nach Shuttle Shop vorbei. Und Asta La Pasta. Bis zum nächsten Mal.